Kommen an Bord. Vor dem Start werden wir Sie mit wichtigen Sicherheitsvorkehrungen vertraut machen. Dazu bitte ich Sie kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Welcome on Bord. Before we take off, we want to make you aware of our important safety instructions. I would therefore like to ask for your full attention. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr leichtes Handgepäck in den oberen Ablagefächern verstaunt ist. Schieben Sie bitte schweres Handgepäck unter Ihren Vordersitz. Einige Sitzreihen müssen wegen gesonderter Bestimmungen vom Gepäck freigehalten werden. Vor dem Start möchten wir Sie nun bitten, Ihre Sicherheitsgurte zu schließen sowie gut festzuziehen. Wir empfehlen Ihnen, den Gurt während Ihres gesamten Aufenthaltes geschlossen zu halten. Zum Öffnen heben Sie die Metallschnalle einfach nur an. Während des gesamten Aufenthaltes an Bord müssen Mobiltelefone ausgeschaltet bleiben oder sich im Flugmodus befinden. Schalten Sie bitte zur Start- und Landung auch alle anderen elektronischen Geräte ab. Funkverbindungen müssen zu jeder Zeit deaktiviert bleiben. Ihre Kavine... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020